Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst dir von der Tug spitze weg. Tess gehen, ne ne, wir zocken gegen Karius. Scheiß Einladung ist raus. Sein Team, er spielt vorne, Mbappé. Im Sturm, also er spielt die vor Triple Two, ne? Mbappé Sturm, Pelé Sturm. Scheiß Pay to Winner ist es, ne? Dann spielt der Defensive Rület Vieira. Hat noch ein Ronaldo und ein Gaucho dort sitzen. Walker IV, Semedo und Mondi und Ederson im Tor. Traurig, dass er sich selbst spielt. Er wird erst mal von einem Wami zerstört. Du zockst wieder gegen ihn, der Ping ist wieder für ein Arschloch. Was hast du schon tun? Hat das Rület Logo. Wie geil ist das? Wo kriegt man das her? Gegen den Schwitzer Karius, Jungs. Der hat Elite 3 geholt jetzt. Spielt der überhaupt Rület? Ne, ne? Weiß ich nicht. Mach das Logo ran, schon traurig, ne? Das ist schon traurig. Ajo, Rület Vieira auf der 6. Oha, Jungs, guck mal. Trotz Lahn haben wir gerade richtig schlechter Ping. Von 52, 61. Siehst du, dass die Server mal wieder am Ende des Zeitalters sind? Ajo. Kannst du eine Kleidtusche schicken, Digga? Kannst du eine Kleidtusche schicken? Es ist aber krass, Herr Zuger, du merkst es direkt. Wenn du einen Fake-Shot machen willst, wie lange es dauert. Vorne Pelé, Gaucho und R9 hämmer ihn rein. Mann. Mann. Mann, Mann, da gehst du direkt mal baden, du. Hä? Wuff. Wuff. Wuuu. Also nur, als wir eine Anreiz, ne? Er spielt um seinen Lamborghini-Schlüssel, hat er in die Gruppe geschickt, ne? Okay. Und ich hab Scheißhauspapier in die Gruppe geschickt. Okay. Wenn wir verlieren, müssen wir unseren ganzen Vorrat an Scheißhauspapier nach Berlin schicken. Wow. Kurbelt der nicht aus dem Leben. Scheiße. Mein lieber Schwan. Mein lieber Schwan. Und drei Punkte. Geht ja gar nichts. Geht ja gar nichts. Kommt mir grad gar nicht klar. Ja. Es gibt's doch gar nicht wirklich. Ach du Scheiß. Hat er dich weggepannen, Alter? Leck mir am Pippe. War das ein Paar? Oh, Sand ist aber stark. Hallo, guck mal. Warum ist das denn immer so bei uns? Einfach schlecht verteidigt. Ja, genau. Wie war der dritte Tüte? Bro. Ja, was soll ich machen? Was ist mit ihm los? Das ist ja wieder FIFA 20. Das ist ja einfach FIFA 20, ja. Ist einfach wieder so. Wenn ich da auf 4-2-3-1 rumschwitze. Das ist, es bringt alles wieder nichts. Es ist einfach wieder FIFA 20, wie es leibt und lebt. Schön, hier eine Beton anrühren. Ja. Wo frage, ob er der Mannschaftsbus von Union Berlin hin reingefahren hat. Wo frage. Hey Karius, hast du dort den Mannschaftsbus vom 1. FC Union hin reingefahren? Oder was ist bei dir da hinten los? Weißt du, deswegen ist es drauf schon noch eine Betonmaschine? Oder geht's? Dusche von der Hand die Beton anrühren. Ja, Junge! Zacharias! Ne, es ist wirklich FIFA 20 wieder. Und deswegen sind auch die, der hat ja die erste 2 WLs gejokt. Und kaum ist das Spiel wieder mit FIFA 20, geht wieder was. Tja, ging nichts bei ihm, ne? Jetzt ist er wieder da. Na ja, gut, hinten ist der Bus drin noch geparkt. Stark gespielt, Timo, danke Bro. Ich geh safe, Freunde, geh ich auf den. 4, 2, 3, 1, ich hab die Schnauze voll. Werd' doch auch nicht schon wieder zum Schwitzer. Doch, ich werd zum Schwitzer, weil das alles anderes kannst du in dem Game ja nicht machen. Ah, stark, Karius! Stimmt, natürlich, gegen seine eigene... Wie stark ist es eigentlich, gegen deine eigene Karte zu spielen? Schon gut. Ich fühle dich schon. Guter Ball. Äh, äh. Ich glaub, wir haben eine gute... Äh, ne, schlechte Kari Wurst. Guck mal. Wie setzt sich sein Ronaldo durch? Wie setzt denn der sich durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Karius hat aber grad nichts gehalten, die Kapp da hinten, ne? Ne, bin ich auch selbst unzufrieden mit dem Gameplay hier. Er schießt noch frechens aus, an der Leckwischermasch. Ist das ein verzogener Unioner, Digga? Ich geh wieder auf 4, 2, 3, 1. Ganz ehrlich, bei dem Lare wusste ich mir da, das Scheiß kannst du nicht... Kannst du einfach so eine Aufstellung wieder nicht spielen. Der Lorito FC, dann fall ich jetzt erstmal zum Burito, den Kollegen. Na gut, wenn ich jetzt kein 3 kriege. Arschloch. Man! Digga, aber ich weiß nicht, also... Rückspiel. Rückspiel. Ich muss da was umstellen. Ich verstehe es nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr klar. Alter, 9 zu 2 Torschüsse. Fuck. Camus, da waren starke Öler auch noch, ne? Ja, aber ich finde bei uns... Warum ist es bei uns so ekelhaft träge? So... Hinten finde ich es nicht träge. Ich finde es im Angriff sauträge. Ich finde es so komisch. Hinten finde ich geht's. Hinten finde ich geht's vorne. Ich komme vorne gar nicht mehr klar. Ja, aber wirklich, es ist vorne... Es ist träger wie FIFA 1... FIFA 20. Ich weiß nicht, was wir da vorne... Wie haben wir das damals gemacht? Mit Skills, mit Tricks. Es geht keinem. Bis wir einen Trick ausgeführt haben. Das macht er gar nicht so schnell. Spielzeitung. Ich versuche mal so... Jetzt wirklich so was mir auffällt. Ne, was falsch läuft. Hatte ich Rutsche geschickt. Drei Punktewurf. Drei Punkte drin. Ich versuche einfach mal zu sehen. Startig. Jetzt spielst du wieder rüber. Und dann wieder vor. Stark. Da bist du doch! Da bist du doch! Für meine Schuhe putze, Karius. Boah. Frech, frech von Bambituka. Frech von Bambituka. Frech von Bambituka. Frech von Bambituka. Woa! Oh, ich dachte da ist drin! Boah! Abseits! Fuck! Was! Also wenn es jetzt fällt, dann... ...eäh... ...lachhaft! Sau stark. Lachhaft wird er dann außen. Lachhaft, Digga. Kurz Bade geschickt dem Bruder. Stark. Ein We-Match noch. 1-1 jetzt. Aber ich muss bei mir der Wami über die außen. Wo kann ich denn Wami spielen? Das ist schon krass, dass du überhaupt über Wami so schlecht redest. Ja, im Sturm ist er ja stark. Ich habe halt nur ein Problem mit dem Platz. Ja, sagt der, der nach zehn Minuten rausholt. Wami? Ja. Da war Eber nicht durchgepowert. Nein, er war draußen. Am Ende, die letzten zehn Minuten, habe ich draußen gekümmt. Das war 69. Da kam die Ampel. Schade, Meicher. Schade, Meicher. Schade, Fettih. Och nein. Ich drücke aber Kreis. Ich drücke aber auch Kreis und da kommt er dran. Geil. Schade, schade, hätte mehr verdient. Oh mein Gott. Moin, Meister. Vielleicht gute Ronaldo für zehn, ne? Zum Abschließen. Boah, fuck, guck mal, mein Schnitt. Boah. Boah, er hat gut reingeknippt. Ich sehe dich in der Halbzeit, sehe ich dich als Top 100 Spieler. Karius, Gold 3. Max. Max. War gut rumgeölt, der Laden da. Oh mein Gott. Schön gepresst. Schön gepresst. Schön gepresst. Sie ist besser. Weißt du, schön gepresst? Stark, stark. Boah, der bohrte sich durch, stark gemacht. Alter, Ronaldo ist da, gell. Er ist da. Da hat es jetzt fast am Kusse gegenüber gesehen, wie es läuft. Er ist da. Ja, ist ein neues Umfeld. Das ist ein neues Umfeld, Fettih. Komm, rück die Lambo-Schlüssel raus, Bro. Ach. Ein Dreiecksball lang dann immer, ne? Ein Dreiecksball lang, da durchzukommen, Digga. Ich hab keine aus der Abwehr angewählt. Schade, Marmelade. Oh fuck. Boah. Torwart noch gemocht. Guck mal, das kann ein Karius schnell machen, da außen. Das ist der Vorteil von einem Karius. Boah, ich schlug auf. Er ist platt, Dick. Boah, der Dicki. Jaaaa! Jaaaa! Stark. Komm, lass die Urus rüberpflubbern, ich bezahle Tank. Geh, ich muss Ronaldo mal ein Lob ausspreche. Gut, ne? Dicke, wie er sich auch grad nochmal durchsetzt. Zakaria, komm. Ronaldo kriegt auch die Pause. Hat jeder verdient. Mit Standing Ovation, den bringen wir Deeper oder Zaha? Zaha. Abfahrt. Rein in die Olga. Von Taichera aus sieht man auch nicht so viel, ne? Spielt er mit? Im Moment geht alles nur über Silas. Racheford ist halt ein Biest. Mit dem mach ich jetzt. Ah, Timao. Scheiße, ich wollte... Wolltest du einen Hops nehmen und dann Doppeltor machen? Ja, Mann, Mann. Fuck. Warum bin ich so dumm? Ja, weil der ihn jetzt reinmacht. Super. Torwart gemovt, sehr stark. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh. Kannst du Glück sagen, dass er verfehlt Fettfingert hat in der Mitte. Ich wollte den Okocha machen, wo er den Scorpion kickt dann hier reinmachen. Ja, na jo. Wahrscheinlich wird's bestraft, ne? Ja. Aber danach zurecht. Ja, Maldini. Geht direkt. Was macht er, was macht er? Komm, gib mir einen Tipp. Ich schieß den direkt. Niemals kann der direkt schießen. Lief gut, Peachy. Lief gut. Lief echt gut. Hättest du Torwart in der Mitte stellen müssen. So ein Lacker, Digger. Du bist auch so unnötig. Ja, sau unnötig von mir. Jetzt einfach vorne klar machen. Ja, ist so. Ich will einen Rainbow Flick machen, ne? Mit Scorpion kick. Am Ende machst du gar nichts. Hochmut kommt vor den Fall. Hat Bushido schon vor 10 Jahren gewirbt. So ein Lacker. Ach nein. Ach nein. Vor allem, warum ist das bei dem immer rotes Time-Finish? Was macht der denn da immer? Ich dachte auch schon, dass er da dann schießt. Hab dann schön gedrückt und dann war es zu spät. Hat er dich gefickt. Ja, 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 ja. Chip. Stark. Diesmal mach ich ihn lieber. Manche hat einen Scorpion kick da zu reißen. Und hat nicht nur versucht. Hoppla. Moin, meinte! Oh, Zaha, Junge! Fuck, Elfer knattern. Der Karl ist nicht mehr stark. Wir haben Karius im Tor. Der ist Torwart. Denk dran. Der kennt alle psychische Tricks. Ach, der Wichser. Digga, reiß zusammen, Mann! Boah, was denn was? Der ist so ehrenlos, der Typ, ne? Der ist so ehrenlos. Der kann dich... Ich hasse dich. Ich hasse... Nein! Digga! Ich kann nicht gegen den. Ich schieße jetzt. Nein! Halt, lieber einer. Der macht mich komplett nervös. Der Typ ist halt Torwart. Digga, jetzt knödel den Moinerei. Der Typ ist halt Torwart, alter. Der macht mich komplett verrückt. Der kommt mit meinem Psycho spiel. Ich hab auch nicht so zurecht. Blub, blub. Fuck, Digga. Stark, danke, dass du meine Hände zurückgeholt hast. Danke, Bro. Der spielt mit mir, Digga. Schade. Fuck. Safe stream geguckt, der Wichser. Safe. Gut, aber den hat er nicht geguckt. Nee. Hat einfach Taxi vergauselt. Egal, war geile Spiele, Jungs. Die haben echt Bock gemacht. Und die haben ja auch echt so ein bisschen die Zuversicht zurückgebracht für die WL. Wirklich.